Ein herzliches Moin an alle. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge Hoa Keeper Ohne Zinn, immer noch. Dafür das letzte Mal mit irgendeinem Feuerboy. Der hat richtig Richtig Stress gemacht und Hat richtig Stress gemacht. Ich bin immer noch etwas Erschlagen, wie schnell ich da hinweggefackelt bin. Damit habe ich nämlich überhaupt nicht gerechnet. Ich werde mich jetzt also bevorbereiten ein wenig Und gucken, dass ich den Dass ich mir zumindest meinen Grabstein und ein bisschen Equipment hier wieder zurückhole. Dafür werde ich jetzt erstmal hier noch Die Samen. Also diese Holzadern, die sind schon Gut am eskalieren Ähm Ja Und ich muss mal Ich muss mal schauen Ähm Wie es hier weiter geht Aha, also ich habe auch ein Talent Bin da gerade lang gegangen. Werd mir auch definitiv jetzt noch gleich eine zweite Spitzhacke, weil da bin ich ja nun doch schon so weit weg von allem Dass das durchaus Anstrengend werden könnte So jetzt erstmal Mache ich mir noch ein paar Brücken Ein paar Brücken Na, wer soll denn hier Schön Das kann da auch nochmal rein Das nehme ich mir mal raus Dann kann ich Das nehme ich auch mal reparieren Und Dafür brauche ich Holz Holz habe ich gerade So Zwei, drei Das sollte doch eigentlich Reichen, ne So, Holz wieder zurück Stein Das ist auch natürlich ja eine Stein Steingeschichte Und das hat mich schon sehr überrascht Ich dachte eigentlich, das wäre auch so ein friedlicher NPC Wie er mir da Wie der, der hier so rumrennt Das muss ich mal gerade überlegen Ich komme da hoch, denke ich Genau, dann gehe ich einfach da Ja, die Wege werden jetzt auch irgendwie immer weiter Klar, man soll ja auch Sicher einmal durch die ganze Welt buddeln Und auch ein Bisschen Erkunden Und deswegen Ist das natürlich auch jede Menge zu entdecken Ne Muss ich mich so ein bisschen an der Karte orientieren Diese Blocks kommen immer wieder Mal so ein bisschen den Weg ausleuchten Oh, die Pilze Pilze kommen offensichtlich ganz automatisch So, was ist das hier I need a drill Warte Auf jeden Fall will ich New Item Kavellin Bread Dieses Kavellin Bread Food Not bad So Will mich auch nicht treffen lassen Der Feuerboy war nämlich richtig 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 aggro Aber ich habe gar nichts Um auf Range zu kämpfen Von daher wird es ein bisschen schwierig Dem Einhalt zu gebieten Ich werde also vermutlich nur schnell Mein Meine Items zurückholen Schnell meine Items zurückholen Ist da Zinn drin Wenn ich da lange genug drauf haue Eisen Nein, das war kein Sinn Der verzweifelte Versuch Immer noch Zinn zu finden Er scheitert So Die Orientierung So Genau Hier So Da Ist Ah, so Eisen Zinn Einmal Zinn War ja jetzt dabei Aber so richtig So richtig Geholfen Hat mir das jetzt gerade nicht Achso Hier ging es ja auch nicht weiter So Warte Ich habe doch ein paar Brücken Vielleicht kriege ich hier eine Brücke Brücke Und Achso Der schmeißt brennendes Kupfer Oh Oh Der Okay Der Kobold Oh Schnell was zu essen Bitte Schnell Ich will nicht schon wieder Wie lange brennt Wie lange brenne ich Shit Ich hätte mir was zu essen mit Nimmst du Wir leuchten den Spaß mal hier ein bisschen Aus Was ist das? Ach Hier rennt ja noch viel mehr davon rum Oh Das scheint mir keine sehr freundliche Gegend Keine Gegend Die mir wohl gesonnen ist Macht aber auch den Eindruck Als würde ich hier definitiv Ist doch bestimmt bereit Die sehen mich gar nicht Ah Was Kriege ich dir die Wand abgefackelt Das ist so risky Was ich hier mache Gehe erstmal wieder zurück Was Ich da jetzt was gekriegt Nein Nein Wir gehen erstmal wieder zurück Das bringt es so Ja sonst gar nicht Denn Die ganze Horde Kriege ich ja so Nicht Nicht angegriffen Das ist ja Gar nicht möglich Also ich bin mir auch ziemlich sicher Dass ich dafür eine stärkere Rüstung bräuchte Und die stärkere Rüstung bekomme ich ja quasi erst Gehe ich voll den langen Weg Die bekomme ich ja tatsächlich glaube ich auch erst wenn ich Sinn machen kann Guck mal noch ob da oben ein bisschen Sinn ist Ja also ich hoffe dass die Entwickler da jetzt irgendwie Bitte demnächst nochmal irgendwas machen Weil das mit dem Zinn ist ja wirklich Unlustig Das brauchen wir ja doch relativ früh Also ich sag jetzt mal an Kupfer ist man ja erschreckend Schnell vorbei Und an Zinn Eben nicht Also Zinn Wiederhole mich Zinn ist ja echt eine Hausnummer Guck mal wie lange ich für so eine Steinwand brauche Übertrieben Ich vermisse auch so ein bisschen so eine Inventar-Sortier-Funktion Also dass alle Samen nebeneinander sind Dass alle Rohstoffe nebeneinander sind Dass man das so ein bisschen Sortiert bekommt Und das fehlt mir ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen So alles nur Ja Forget it Also zurück Ins Inheimische Gefilde Ne da geht's nicht lang Unten geht's lang Auf jeden Fall scheint da irgendwo auf der Ecke der nächste Boss zu warten Und Das ist ja dann schon mal ein gutes Zeichen Dass man hier ganz gut durchkommt So aber Wie gesagt Es macht jetzt irgendwie überhaupt keinen Sinn Da hinzugehen Also dieses Feuer Richtig übel Musik ist schon so anders geworden Ach come on Gut Also da oben sind Kobold unterwegs Die mich abfackeln Und da unten sind Maden unterwegs Die mich auffressen Ganz klar Und ich hatte natürlich auch gerade alles so schön Wieder vorbereitet Wo ist das jetzt? Da Naja gut Da kommt man ja nun relativ flott hin So ein kleines niedliches Spiel Also niedlich jetzt in Anführungszeichen sag ich mal Und Dann so ein Struggle Der Struggle Oh alter Tschüss Bin raus Macht euch einen schönen Tag Bin gar nicht da Ich bin nicht da Ich gehe direkt wieder zurück Vielleicht lege ich jetzt irgendwann auch mal eine Folge ein Wo ich denn ein bisschen bastel oder so Ein bisschen die Base erweitern Einfach ein bisschen Landwirtschaften Ein bisschen ganz entspannt Und Hallo Sehr gut So Auf jeden Fall So hier Ich hätte gerne so einen Knopf Wo ich vielleicht einfach mal eine Runde sortieren kann Das wäre Das wäre schon sehr schön Das würde ich schon Sehr begrüßen Ich kenne jetzt schon jemanden Der unter dieser Folge schreiben wird Mensch Ich habe dezent ein paar Grabsteine Die du da hast Hust Hust Aber Ist so ne Kann ich auch nicht drüber lachen Essen ist jedenfalls nicht mehr das größte Problem Running Ich muss gleich mal gucken Ob ich noch ein paar Skillpunkte ausgebe Aber erstmal wird hier gegossen Lüchte das Wasser nochmal auf Machen wir mal noch ein bisschen Kupfer So kochen Also ich habe noch ein paar Kürbisse Und ich habe ein paar Pilze Und das kann Damit ran Wenn waren Hier Ja da War dann das Dann Das 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 war auch Essen Ne Das kann da rein Das kann da rein Dann machen wir die hier mal auch gleich mit rein Und das noch Äh Lol Was ist los Lol Ist das euer scheiß Ernst What Sind die mir jetzt in mein Lager gefolgt Wow Lol Die haben mir alles kaputt gemacht Die haben mir alles kaputt gemacht Echte Ich habe eine Ahnung Warum eine Tür da war Moment jetzt muss ich das erstmal wieder Also Das 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 sind ja Bitches Die sind mir bis ins Lager gefolgt Holy moly Das Das hätte ich jetzt nicht erwartet Ne Das hätte ich Jetzt Nicht erwartet Das Surprised mich gerade so ein bisschen Bin ich mal ehrlich Wie sieht denn So Was habe ich hier Meticulous Miner 5% Chance Einen extra Ohr aus den Winden zu bekommen Und Zwei weitere Felder Die Die Sichtbarkeit So was ist das Running Running Crafting Da gibt es noch Cooking Gesundheit Ah der erste Und Gardening Und dann haben wir eigentlich auch schon alles Holy moly Holy Da sind die einfach in mein Lager rein Alter ich liege voll kuschelig im Bett Und die kommen einfach in mein Lager rein Was Das war doch Was Hä Wie unfair Die heftige Invasion hier So dann kann das da noch mit rein Lö Tja Dann sind die mir hinterher gerannt Also entweder mache ich die dann zukünftig kaputt Oder die rennen mir hinterher Wow Muss gestehen Dass ich damit jetzt Äh Gar nicht gerechnet hatte Oh die Invasion Ich bin schockiert Ne Ich wollte ja einmal was essen Einmal was essen Was ist das Routine Na dem habe ich ja nun Warte gar nicht Komisch von diesen Also Holz Ist irgendwie nicht so das Problem Deswegen sehe ich jetzt nicht so richtig Die Notwendigkeit hier weiter Holz anzupflanzen So Da ist noch einmal Wood Wood War hier unten Wow 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 Ich bin verleitet da jetzt Rache zu nehmen Hier kleinen fiesen Maggots Diese kleinen fiesen Maden hier Den ganzen Weg zu mir in die Base gerannt Ja ich Wirklich Ey da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet Das hat mich jetzt doch sehr Sehr hart überrascht Ja Ja Boah Ach ja hier war dann ja jetzt Ach jetzt habe ich auch gar keine Brücken mehr Na gut Dann geht es Einmal Zurück Dann hole ich mir mal Noch ein paar Brücken Plus eins Vitalität Ja das sind diese Skillpunkte Die ich da kriege Ne Was Ja überall Vermehren die sich Oder ist man die irgendwann auch mal los Stecken aber auch echt gut was ein Und er steht hier Und die stören sich gar nicht an ihm Das finde ich natürlich Total gerechtfertigt Ist total korrekt Total korrekt Schleim wird auch immer mehr Kann das sein Immer mehr Heitet der sich tatsächlich aus Oder ist das jetzt nur so eine Einbildung von mir Überall Was ist denn hier Au Ich sterbe schon wieder Boah Ja ich würde sagen Kurzer aber Intensiver Ausflug Erstmal heilen So Was habe ich denn hier Hätte mir ja ein Schleimschwert Acht Oh ja aber Also Melee Damage Attacks Durability Ja die Frage ist natürlich Ob ich nachher Zinn zum reparieren brauche Ne Denn Zinn Nö Hive Mother Scanner Scans The World for the Hive Mother Consumed and Successful Scan Gorm the Devorah Scanner Gorm the Devorah Okay Ancient Gemstone Und Mechanical Parch Ach so Damit kann ich dann die Endgegner Die anderen zwei scannen Was aber Was braucht ich dafür Fünf und fünf Ancient Und Mechanical Hatte ich da noch was So Gemstones hatte ich Und Okay Das kann man sich ja mal angucken Warte mal Also ich meine Das Schleimschwert mache ich mir nicht Ne Weil ich würde gerne Äh Ach so So Ach da unten Puh Kann ich jetzt ein bisschen hin Das sieht mir ein bisschen Sehr weit weg aus Auf jeden Fall bekommt man von den Viechern Auch seine Seine Samen Hm So Dann pflanzen wir hier direkt mal wieder an Und so Und das Water Ein bisschen Water in the world Direkt mal was kochen Oh Jetzt weiß ich auf jeden Fall Wo die Wo der zweite Boss ist Also die acht Zinnbarren Die ich da habe Wollte ich jetzt auf gar keinen Fall Ausgeben dafür Bin ich mal ganz ehrlich Äh Für das Größere Schwert Denn Ich will auf jeden Fall Erstmal die Bank haben Das ist mir tatsächlich Das Wichtigste Dass ich da Noch ein bisschen was kriege Für die weitere Crafting Bank Das kann noch da rein Und das kann noch da rein Nochmal eben ein bisschen Wasser auffüllen So Und wieder das Holz Aber dann ist das letzte ja Also das ist ja dann Ich meine Jetzt wenn die Altäre Hier tatsächlich die Die Bosse angeben Dann scheint es ja auch Nur noch zwei zu geben Offensichtlich Ja also das ist ja Offensichtlich die Die Larven Mutti Und für das Ding Da haben wir ja unterwegs Schon mal ein paar gesehen Dafür bräuchte ich eigentlich Den Driller Also den Bohrer So von daher 622 Holz Ist natürlich auch ganz satt Das ist Eisen Ja Ja Und Zin Ja Haben wir auch in dieser Folge Nicht gefunden Dafür gab es erstmal Eine dicke Invasion In der Base Also wenn das passiert Muss ich mir natürlich Gedanken machen Gedanken darüber machen Ob ich meine Base Irgendwie jetzt noch Absichern muss Die sind ja gerade Einfach rein Einfach rein In den Laden hier Das kann es ja dann Auch nicht sein Bin ich nicht gut Nein Und nach da unten Na da müsste ich aber Ewig Ewig graben Ich wusste gar nicht Dass das so weit weg ist Na vielleicht finde ich ja Noch den anderen Dann können wir zumindest Sehen wo der Letzte Boss noch ist Und dann habe ich Zumindest eine grobe Vorstellung Wo man da Zukünftig mal hin könnte Aber ich muss mir Jetzt erstmal Gedanken machen Wie ich mit dieser Invasion Hier umgehe Die da gerade passiert ist Die haben ja auch In 0,6 Das Lager hier leer geräumt Das habe ich gar nicht In der Härte erwartet Die sind ja einfach durch Und haben alles platt gemacht Und dann fliegt ja alles rum Übel Übel Was passiert hier Okay hier Looks like Needs energy Look like Achso Ich kann das erst bedienen Wenn das hier alles passiert ist Na gut Also meine Freunde Ich bedanke mich Fürs Einschalten Lasst ein bisschen Support da Wir sehen uns in der nächsten Episode Bis denn Tschüss Bis denn Bis denn Bis denn Bis denn